Wir haben den 2. Januar 2022. Jetzt hört man da ganz schön die Vögel und jetzt kommt heute noch ein Bussort zu fliegen. Jetzt hat man ihn sogar gehört und da ist er im Bild. Vielleicht hört man ihn noch ein Glanemann. Das ist ein Bussort. Das ist ein Bussort. Das ist ein Bussort. Dann können wir ihn später machen. Das ist ein Bussort. 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 Auch im L 같a. Das ist ein Bussort.